The Commuter Und damit haben wir quasi das neueste Kapitel eines fast eigenständigen Genres, nämlich dem Liam Neeson Thriller. Bei dem Namen denkt man an Filme wie die Taken Trilogie, an Ruhet in Frieden, Run All Night und ganz wichtig, Unknown Identity und Nonstop. Alle genannten Titel, das sind handfeste, geradlinige Thriller mit ihm in der Hauptrolle, alle mit ein bisschen Action drin und alle insgesamt qualitativ zufriedenstellend. Die letzten beiden genannten, die hat er zusammen mit dem Regisseur Jean-Colet Serrat gedreht, ich habe mir den Namen versucht zu merken. Und jetzt haben wir einen neuen Film, wo wieder Liam Neeson in der Hauptrolle und der besagte Mann auf dem Regiestuhl und gelinde gesagt habe ich den Eindruck, dass sie das Drehbuch von Nonstop genommen haben, den ich übrigens für einen der spannendsten Filme halte, die ich je gesehen habe und ihn einfach nur auf ein neues Szenario übertragen habe. Liam Neeson spielt einen Mann namens Michael, der arbeitet als Versicherungsagent und pendelt täglich mit dem Zug zur Arbeit. An einem Tag wird er im Zug angesprochen von einer fremden Frau, das ist Vera Famiga und die macht ihm ein unanständiges Angebot, nämlich er kriegt von ihr eine Menge Geld, wenn er es schafft, innerhalb eines gewissen Zeitraumes eine Person im Zug anhand diverser Hinweise aufzuspüren. Natürlich erfährt er zunächst nicht, um wen geht es, was will man von der Person, sondern er nimmt diesen Auftrag quasi an und merkt relativ schnell, in was für eine krude Sache er da geraten ist und das behält der Trailer ja schon geschickt für sich, außer eben, dass er da rumläuft und sucht und deswegen sollte ich das hier an dieser Stelle auch nicht ausführen. Der Film wird leider eine Sache zum totalen Verhängnis und leider noch ein paar andere Probleme werden zu Stolpersteinen. Nein, die Sache ist einfach, der letzte Film, den die so gemacht haben, war non-stop und ich konnte zum Beispiel nicht anders, als diesen Film hier an non-stop zu messen und man findet quasi jede Menge kleine Details, die im Vorgängerfilm, es ist ja keine Fortsetzung, aber trotzdem, die im Vorgängerfilm so drin waren, wo man echt erkennt, das hat man jetzt hier rüber geholt, schon ein bisschen variiert, das und so weiter. Also es ist wirklich eine Non-Stop-Variante im Zug, die natürlich auch einige dramaturgische Kniffe mitnimmt, die zwar eigentlich gut sind, aber eben, weil sie bekannt sind, übernommen sind. Aber die eigentlichen Schwierigkeiten des Films liegen für mich an einer anderen Stelle. Der Film packt das Umfeld, in dem er spielt, meiner Meinung nach nicht so richtig. Ich will sagen, Liam Neeson läuft in dem Zug rum und kann sich eigenartig frei in dem Zug bewegen, mit Leuten reden, in Taschen wühlen und so weiter oder eine Schlägerei mitten im Zug haben, ohne dass es das Umfeld wirklich stört. Also ich habe nicht den Eindruck, der sitzt in einem realen Zug, sondern hier passiert immer genau das, was für die Szene gerade anpassend ist, aber es ist nicht unbedingt immer das Glaubwürdigste. Ansonsten passiert hier sehr viel, was von den ominösen, scheinbar übermächtigen Drahtziehern, die da im Hintergrund sind, geplant und gedacht wurde und das mit einer so unglaublichen Perfektion, dass sie eben auch nicht glaubhaft ist. Es gibt eine schlimme Stelle, wo er aus dem Fenster guckt und da auf der Straße passiert etwas, was mit etwas zu tun hat, was er vorher getan hat und dass dieser Zug genau an der Stelle dort steht und er genau in diesem Moment auf das, was da unten passiert, herunterblicken kann, das könnte man gar nicht so exakt planen. Und das hat man im Film an etlichen Stellen, dass es zwar logisch zusammenpasst, aber wenn man sich umgekehrt denkt, wenn sich das jemand ausgedacht und wirklich so konzipiert hat, das ginge nicht. Und von diesen Unwahrscheinlichkeiten, nenne ich sie mal, hat der Film einige und die nehmen ihm die komplette Glaubwürdigkeit. Ein weiteres Problem des Films ist das absolut scheußliche CGI. Es gibt im Film einen Zugcrash, das kann ich jetzt wohl sagen, weil der Trailer es ja auch gezeigt hat, und das ist mit so schlechten Mitteln umgesetzt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man hier wirklich einen Zug hat entgleisen lassen, sondern dass man das komplett im Computer gemacht hat und das sieht so billig und so schlecht und so künstlich aus. Das würde in einem Film von vor 15 Jahren passen und das reißt einen an der Stelle raus. Man hat also nicht den Spaß daran, eine coole Action-Szene zu sehen, sondern ärgert sich mehr darüber, dass die so stümperhaft umgesetzt wurde. Aber am Ende ist es halt einfach so, der Film arbeitet mit bekannten Versatzstücken, mit Liam Neeson in der Hauptrolle, der natürlich wie immer eine gewisse Portion Charme mit sich bringt. Einer spannenden Grundsituation, ist ja die Frage, ob man nonstop kennt oder nicht. Aber das reine Grundszenario ist hochspannend. Und in der letzten halben Stunde entwirft der Film noch ein Szenario, das der Trailer komplett verheimlicht hat. Deswegen muss ich das auch nicht tun. Und da, wo ich im Vorfeld doch einiges zu meckern hatte, gibt es dann doch am Schluss einen sehr spannenden letzten Akt, der mich für einiges wieder entschädigt hat. Und insgesamt ist dies eben ein typischer Liam Neeson-Film, wie er eben sie jetzt zahlreich gemacht hat und wie sie sehr erfolgreich waren und wie sie sehr geschätzt wurden. Deswegen erfindet dieser Film das Rad nicht neu. Aber wer solche Filme mag, wird hier nicht unbedingt unzufrieden rausgehen. Wie gesagt, wenn man sich mit dem Film ein bisschen auskennt, wird man eben nur vieles Bekannte erkennen. Und es liegt an einem selbst, ob man das gut findet oder ablehnt. Ich selber denke einfach, also ich kann nicht anders als den Film an nonstop zu messen, gegenüber dem Flugzeugfilm ist er hier doch die Light-Version. Deswegen kriegt er von mir auch nur drei von fünf Punkten. Aber ich betone nochmal, im Grunde sind dieselben guten, positiven Aspekte mit drin. Das heißt, ein guter Standard-Thriller, ein bisschen Action, den ich im nächsten als cooler hält. Und ein spannendes Puzzlespiel, weil man ja natürlich wissen will, was steckt dahinter. Und das wird schön verschachtelt, nach und nach enthüllt. Wie seht ihr das? Mögt ihr die eben genannten Filme, den Hauptdarsteller? Und habt ihr Erwartungen an diesen hier? Das würde mich interessieren in den Kommentaren unter diesem Video. Ihr könnt mir natürlich wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo. Und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017